Wir leben in einer Welt gewisser Gewissheiten. Eure besseren Hälften stehlen eure Zeit. Chefs verlangen, dass ihr arbeitet. Es gibt Familienfeiern. Und du? Du hast deinen Hintern hinzuschwingen. Es kratzt sie gar nicht, dass Call of Duty Ghosts on Slaught da ist. Sie scheren sich nicht um vier neue Maps. Eine exquisite neue Waffe, mit der ihr Aliens mitten in die Fresse machen. Und wenn ich nun einen Weg finden würde, die abzulenken, die eure Zeit in Anspruch nehmen. Sodass ihr ungestört eurer Call of Duty Leidenschaft krönen könnt. Denn wenn es vorbei ist, wird euch keiner je etwas vorwerfen. Sie werden euch sogar lieben. Ihr werdet gecocknert. Die Probleme sind überall. Falls die Marketinganalyse zutrifft. Wir müssen den Markt genauer betrachten. Du bist raus! Auf geht's! Auf geht's! Ich rüber! Eure Familie wird nicht wissen, wo ihr seid. Eure Freundinnen werden nicht wissen, wo ihr seid. Die Leute dieser Schickimicki-Veranstaltung, zu der ihr gezwungen wurde, die wissen auch nicht, wo ihr seid. Nach der Extraktion werdet ihr an einen geheimen Ort gebracht. Ihr macht es euch richtig gemütlich. Und bekommt was zu naschen. Selbst bei einer Nussallergie finde ich eine Lösung. Ihr spielt hier so lange Onslaught, bis ich entscheide, dass ihr fertig seid. Dann kehrt ihr zu euren Liebsten zurück. Die Freude wird groß sein. Kapiert? Gut. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017